Hill Control ist eine Software, mit der sich die Verteilgenauigkeit beim Düngerstreuen speziell in hügeligem Gelände verbessern lässt. So wird über eine gesteuerte Anpassung des Aufgabepunktes die Wurfweite und Wurfrichtung des Düngerkorns während des Streuens verändert und so die neigungsbedingte Verzerrung des Streubildes korrigiert. Darüber hinaus werden auch Über- und Unterdosierungen beim Überfahren von Kuppen und beim Durchfahren von Senken verringert. Für die softwaregestützte Optimierung der Verteilgenauigkeit beim Düngerstreuen wurde Rauchlandmaschinenfabrik mit dem Innovation Award Agri-Technica 2019 in Silber ausgezeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017